hallo liebe freunde und zuschauer wieder einmal melde ich mich vom biker tag und dieses jahr heißt das thema bmw was aber nicht heißt dass wir nur bmw fahrer und bmw motorräder willkommen heißen nein die ganze vielfalt soll es sein wir freuen uns über jeden der kommt mit oder ohne motorrad jeder ist willkommen und wir haben dieses jahr als partner die firma becker thiemann die 80 aktuelle bmws als probefahrmotorräder mitgebracht hat und natürlich für die historische dimension da ist der ps speicher zuständig wir haben eine sonderausstellung mit 15 bmws aus den jahren 1927 bis 2002 der biker tag ist zum glück für viele unserer freunde zu einer liebenswürdigen institutionen geworden wir haben 15 motorräder aus unserem depot mitgebracht aber für mich das spannendste seltenste motorrad ist diese r 47 ein super sportmotorrad von 1926 27 500 kubik 1926 wurde der legendäre ernst henne damit deutscher meister der 500er klasse 1927 ranz sönius aus bonn und dieses motorrad zeigt die enorme kompetenz vom bmw damals im motoren und fahrgestellbau der rahmen aus stahlrohr ist noch ganz klassisch wie im fahrradbau gemufft und gelötet und das besondere ist wirklich dieser kopf gesteuerte motor mit leicht metall zylinderköpfen noch relativ sparsam verrippt die leicht metall zylinderköpfe waren eine innovation die bmw beim direkten vorgänger der r 37 eingeführt hat das erste motorrad der welt mit alu zylinderköpfen dieses motorrad hat eine spitze von ungefähr 130 stundenkilometern und wenn man sich die details anschaut an diesem motorrad also den vergaser den kickstarter man merkt das hochwertige material die handwerkskunst und die ingenieurtechnische leistung die sich hier zu einem wirklich faszinierenden motorradverein ich freue mich ihnen heute beim biker tag einen gast vorzustellen mit dem ich gar nicht gerechnet habe es ist ein mann der sehr sehr stark für die kompetenz von bmw motorrad steht wir begrüßen ja heute jürgen stoffregen ich kenne jürgen stoffregen seit knapp 20 jahren jürgen hat 35 jahre lang bei bmw als entwicklungsingenieur gearbeitet und war an vielen motorrad speziell auch motoren projekten beteiligt jürgen wie ist denn dein eindruck danke andy mein besuch hier war ja wirklich ein eine kombination ein zufall wie es oft im leben ist ich stamme ja ursprünglich aus westfalen aus detmold habe mal wieder familie und und freunde besucht las dann dass im ps speicher eben diese veranstaltung ist und es passt halt perfekt und so bin ich hierher gekommen ich wollte schon seit jahren den ps speicher immer anschauen aber wie es so ist man hat immer wenig zeit und es klappt immer nicht kannst das nächste machen aber jetzt hat es endlich mal funktioniert an der ausstellung habe ich am meisten fasziniert dass es meine erfahrung nach und die einzige ausstellung ist von 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 historischen fahrzeugen die komplett in den kontext der gesellschaftlichen strömungen der gesellschaftlichen situation der jeweiligen jahre und jahrzehnte eingebettet ist und natürlich dass es unglaublich viele sehr seltene exponate gibt die ich so noch nie gesehen habe aber dieses gesamten sommer das ist das was mich sehr fasziniert hat und ich werde sicherlich noch ziemlich häufig herkommen ja vielen herzlichen dank für das lob mit dem ich so in der form auch nicht gerechnet hätte aber wo ich dich doch hier habe jetzt würde ich gern mit dir noch über eins deiner kinder sprechen nämlich die 1100er boxer motoren die nächstes jahr ja auch schon 30 werden ja wir sehen hier das erste motor die r1100 rs also eins meiner kinder wäre jetzt ein übertrieben weil natürlich ist das eine eine team entwicklung aber tatsächlich ich hatte mir als junger student und natürlich schon seit ich motorrad fahre war ich bmw fan und boxer fan hatte ich davon geträumt ich möchte gern beruflich bei bmw einen neuen boxermotor entwickeln das glück des lebens oder schicksals hat dazu geführt dass ich das tatsächlich realisieren konnte die erste projekte als ich bei bmw motorrad angefahren war hatte mit der k 75 zu tun aber danach kriegten wir dann den auftrag den die neue generation der vierwinter boxermotoren zu entwickeln ich war damals in der vorentwicklung im motorenversuch und tatsächlich habe ich einen bescheidenen anteil der entwicklung dieses motors gehabt ja und ich meine das ist der größte erfolg von bmw motorrad werden würde den es je gab speziell mit der gs hat niemand vorausgesehen jetzt eine frage ja woher kam eigentlich die idee überhaupt einen modernen boxer zu machen weil man ja doch die an sich sehr guten unverwechselbaren ungewöhnlichen reihenmotoren mit drei und vier zylinder haben ja also wie meistens ist sowas gibt es nicht nur einen grund ist immer eine kombination von gründen in dem fall war es so tatsächlich gab es im hause bmw die idee dass die die k motoren reihe den boxer komplett ersetzt weil man der festen überzeugung war das hat man abgeleitet aus der marktentwicklung der japaner dass die zukunft bei vier und dreizehn der reihenmotoren liegt und der boxer sozusagen überflüssig wäre gleichzeitig hat man aber noch weiterhin boxer motoren also den alten zwei ventiler verkauft und die kunden waren halt ich sage es mal ein bisschen spaßig widerspenstig sie kauften halt doch noch eine zwar nicht als alleinige wirtschaftliche stand bei genügend größer aber in beharrlicher anzahl kauften weiterhin die alten zwei ventilboxer und die car motorräder haben sich nicht wie ursprünglich geplant in der planstückzahl verkauft sie haben sich sehr gut verkauft sie waren wirtschaftlich erfolgreich aber man hat sich mehr erwartet und dann sah der vertrieb und auch das marketing diese lücke dass hier in dem boxer segment möglicherweise marktpotenzial zu holen ist daraus entstand die entscheidung zu sagen mit dem alten kommen wir nicht weiter und dann kam eben der projektauftrag probiert doch mal mit einem vierventilboxer wie sowas gehen könnte und dann war es ja auch anfang der 1990er jahre dann tatsächlich mit diesem modell ging es in serie und den rest kennen wir alle es wurde dann schritt für schritt über die elf fünfziger bis zur 1200 kubik das erfolgreichste motorrad modell von bmw oder fast an erfolgreichsten als einzelmodell motorräder der welt vielen herzlichen dank für diese tiefgehende analytische und umfassende betrachtung also wir sehen in ein weg hat man immer interessante begegnungen mit exponaten mit menschen und mit motorrädern herzlichen dank unterstützen sie den ps speicher und werden sie mitglied bei den förderfreunden ps speicher und dann und 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 unisworscheid meningen mit gentrachtung unseretorungen jetzt περιh Ramsenqué ihnen sie sie